Die Menschheit beginnt mit einer neuen Ära. Bei ITER, dem absolut riesigen Kernfusionsreaktor, geht es in die Schlussphase des Baus. Einige Fachleute halten die Kernfusion für eine Art Wundermittel. Mit dem Fusionsreaktor ITER will man durch die Verschmelzung von Wasserstoffatomen billige und fast unbegrenzte Energie gewinnen. Gelingt es uns, die Prozesse der Sonne zu imitieren und die Menschheit damit vor einer vernichtenden Klimakatastrophe zu bewahren? Clixoom Science & Future. Hier gibt es drei Mal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Clixoom gibt es jetzt übrigens auch auf die Ohren und zwar als Podcast. Die Links zu Spotify und Apple Podcasts sind unten in der Videobeschreibung. Laut der internationalen Fachleute in Südfrankreich ist es ein Zitat Meilenstein, den das ITER-Projekt in diesen Tagen erreicht hat. Ende Mai konnte das erste riesige große Teil des Reaktors in die sogenannte Tokamak-Basis versenkt werden. Es handelt sich um nicht weniger als die größte Hochvakuum-Druckkammer, die jemals von Menschenhand geschaffen wurde. So waren riesige Kräne notwendig, um die 1250 Tonnen schwere Kryostat-Basis zu bewegen. In der Pressemitteilung des ITER-Teams heißt es, unter den Zuschauern herrscht ein intensives Staunen und eine große Erwartung. Man hat das Gefühl, dass die Menschheit eine neue Ära beginnt. Die aktuellen Arbeiten auf dem ITER-Gelände werden hier mit der Schlussszene eines Steven Spielberg-Films aus dem Jahr 1977 verglichen. Unheimliche Begegnung der dritten Art. Hier schwebt ein riesiges außerirdisches Raumschiff über der Erde, das die Menschen zugleich ängstlich und ehrfürchtig beobachten. Und tatsächlich, die Bilder von der Installation des riesigen Elements sind beeindruckend. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es weiter, mit der Installation machte die Menschheit einen entscheidenden Schritt zur Realisierung der Fusionsenergie. Durch die Bereitstellung sauberer, sicherer und unbegrenzter Energie kann so der weitere Verlauf der Zivilisation verändert werden. Dieser Satz macht deutlich, welch große Hoffnungen auf der Kernfusionstechnik ruhen und welch riesiges Potenzial. Bereits seit den 50er Jahren tüfteln Forschungsteams weltweit mit großer Anstrengung daran, die Sonne zu imitieren. Konkret geht es darum, durch die Verschmelzung von Wasserstoffatomen Energie zu gewinnen, so wie es eben auch in der Sonne passiert. Und das wäre in vielerlei Hinsicht eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein. Denn so ließe sich tatsächlich eine sehr billige Energie herstellen und das fast in unbegrenzter Menge. Das Ganze könnte zudem auch noch äußerst umweltfreundlich ablaufen, denn bei der Kernfusionstechnik wird weder die Natur verschmutzt, noch werden Treibhausgase in die Atmosphäre abgegeben. Anders als in einem Atomkraftwerk werden Atomkerne in einem Fusionsreaktor nicht gespalten, sondern fusioniert und bei dieser Verschmelzung wird dann eben eine Menge Energie frei. Zwei leichte Atome bilden dann also ein schweres. Die Gesamtmasse des neuen Atoms ist geringer als die der beiden Einzelnen. Das, was fehlt, ist die entstandene Energie. Fest steht, was dabei herauskommen könnte, ist enorm. Ein Gramm der Brennstoffe könnte in einem Fusionsreaktor so viel Energie liefern, wie sie bei der Verbrennung von, Achtung, elf Tonnen Kohle entsteht. Doch das alles ist viel einfacher gesagt als getan. Denn dazu müssen schwere Wasserstoffatome namens Tritium und Deuterium zueinander gebracht werden, damit diese dann letztendlich miteinander reagieren. Und das, obwohl sich deren Kerne abstoßen. Der Trick dabei? Eine sehr heiße Umgebung. Im ITER-Projekt soll ein Plasma mit einer Temperatur von 150 Millionen Grad erzeugt werden. Und das ist deutlich heißer als in der Sonne selbst, bedingt durch den geringen Druck auf der Erde. Obwohl das ziemlich extrem klingt, bringt diese Technologie neben der Klimafreundlichkeit einen weiteren entscheidenden Vorteil mit sich. Der ganze Prozess ist sehr viel ungefährlicher als die Atomspaltung in Kernkraftwerken, wie wir sie heute kennen. Denn selbst bei einem Unfall setzt ein Fusionsreaktor nicht die Unmengen an radioaktiver Strahlung frei wie ein Kernkraftwerk. Und zudem haben die radioaktiven Stoffe, die hierbei entstehen, eine Halbwertszeit von Jahrzehnten und eben nicht von Jahrmillionen, so wie es eben bei einem Atomkraftwerk der Fall ist. Die Hoffnung dabei ist es, eine unerschöpfliche Energiequelle zu erschließen. Und das ist wirklich der Kernpunkt. Es geht um unerschöpfliche Energie. Es wäre wahrscheinlich für unsere Zivilisation ein riesiger Schritt. Ein Kernfusionskraftwerk, das eine Unmenge an Energie produziert und zwar ohne Wind, Sonne, Öl oder Gas. Ja, ohne davon abhängig zu sein. Alle Energieprobleme auf dieser Erde könnten somit möglicherweise auf einen Schlag gelöst werden. Das internationale Fusionsprojekt ITER geht jetzt also in die heiße Phase. Bis Ende des kommenden Jahres 2021 sollen alle Bauteile auf die Großbaustelle des südfranzösischen Forschungszentrums Cadarache geschafft werden. Es ist tatsächlich die größte Baustelle Europas. So groß wie, Achtung, 60 Fußballfelder. In fünf Jahren dann, im Dezember 2025, soll der Reaktor den Plänen der Verantwortlichen zufolge das erste Mal eingeschaltet werden. Dazu der ITER-Direktor Bernard Bigot in einem Interview mit dem Fachmagazin Science. Wenn sie jahrelang an etwas gearbeitet haben und sehen, dass es real wird, sind sie aufgeregt. Sie fühlen sich auch verantwortlich, weil sie das Vertrauen so vieler Menschen haben. ITER steht übrigens für International Thermonuclear Experimental Reactor. Die lateinische Bedeutung ist Weg. Und tatsächlich war es bis zu dem jetzigen Zeitpunkt ein sehr langer Weg. Und zwar ein Weg der ganzen Menschheit. Das Projekt zwar wurde schon mehrmals verschoben und auch der finanzielle Rahmen wurde mehr als gesprengt. Ursprünglich war man mal von fünf Milliarden Euro ausgegangen. Mittlerweile werden die Kosten auf mehr als 20 Milliarden Euro geschätzt. Aber getragen wird das Projekt von fast der gesamten Welt. Unter anderem von EU-Mitgliedsstaaten Russland, China, den USA und Südkorea. 2015 beispielsweise wurde plötzlich klar, dass sich der Staat um fünf Jahre verzögern wird. Doch alle haben mitgezogen und der ITER-Direktor hat in einem Interview mit dem Spiegel gesagt, es gibt nicht so viele Alternativen, um saubere und nachhaltige Energie zu produzieren. Wenn wir Erfolg haben, erschließen wir eine klimaneutrale, fast unerschöpfliche Energiequelle, die überall verfügbar ist. Technisch gesehen basiert ITER auf dem Tokamak-Prinzip. Das Konzept des Tokamak-Reaktors ist nicht neu. Es wurde schon 1952 von zwei Physikern in Moskau entwickelt. Der Begriff Tokamak heißt übrigens übersetzt so viel wie toroidale Kammer in Magnetspulen, wobei die Silbe Tok auf Strom hindeutet und somit die Besonderheit des Tokamaks-Prinzip hervorhebt, den Stromfluss im Plasma. Das Magnetfeld wird hier zum Teil von einem im Plasma fließenden Strom erzeugt. Das Konzept beim Tokamak basiert also auf dem magnetischen Einschluss. Bei der Technologie wird also ein ringförmiges Magnetfeld erzeugt. Dieses schließt das heiße Wasserstoffplasma ein und bändigt es so. Vom Prinzip her ähnelt dieses Tokamak-Prinzip dem Stellarator-Prinzip. Dieses wird derzeit in Greifswald erprobt. Bei dem Projekt Wendelstein 7X geht es darum, das Verhalten von heißem Plasma zu analysieren und in den Griff zu bekommen. Der Unterschied beim Stellarator sind es ausschließlich externe Magnete, mit denen das Magnetfeld erzeugt wird. Das ist beim Tokamak des ITER-Reaktors anders. Hier setzt man auf die Kombination von starkem Strom im Plasma selbst und einem Magnetfeld, das extern erzeugt wird. Auch das Ziel ist ein anderes. Beim ITER ist ein funktionierender Fusionsreaktor das Ziel. In Greifswald geht es nur, nur in Anführungszeichen, um ein besseres Verständnis des Plasmas. Beim ITER-Projekt erhofft man sich durch den reifenförmigen Magnetfeldkäfig, dass man das Plasma deutlich länger zusammenhalten kann. Das würde die sogenannte Energieeinschlusszeit optimieren. In Sachen Plasma-Volumen von 840 Kubikmetern ist ITER im Verhältnis von Volumen zur Oberfläche absoluter Spitzenreiter. So sollen Verlustprozesse so gering wie möglich gehalten werden. Die Pläne sind nicht ohne und in der letzten Stufe soll ITER 500 Megawatt Fusionsleistung erzeugen. Das ist halb so viel wie bei einem klassischen Kernkraftwerk heute und das bei einem Prototyp. Das ist schon eine Menge. Aber nicht nur der Fusionsleistungswert an sich ist von großer Bedeutung, sondern vor allem auch das Verhältnis der Fusionsleistung zur externen Heizleistung. Also wie viel steckt man rein und wie viel kommt raus. In diesem Zusammenhang wichtig der sogenannte Q-Wert. Das ist der Verstärkungsfaktor. Der bisherige Rekord liegt bei Q gleich 0,7. Also es gibt starke Verluste noch. ITER soll den Wert 10 erreichen, womit das erste Mal ein Wert größer als 1 realisiert würde. Also zum ersten Mal Energie gewonnen würde. Die EU-Kommission ist optimistisch und hat den Kernfusionsreaktor als Klimarettungsmaßnahme erklärt. Alle finanziellen Zuschüsse, die ITER zukünftig zugutekommen, sollen als Klimaschutzmaßnahme deklariert werden. Diese Überlegungen basieren auch auf dem sogenannten Green Deal der EU-Kommission, demzufolge 25 Prozent des EU-Budgets in den Klimaschutz gesteckt werden sollen. Klar ist, wenn die Kernfusion funktioniert, dann ist sie nicht mit schädlichen Emissionen verbunden und somit mindestens genauso erstrebenswert wie die erneuerbare Energie. Doch es gibt zwei Haken. Zum einen ist die Kernfusion alles andere als günstig. Nach Angaben der Bundesregierung hat die Europäische Union im Zeitraum zwischen 2014 und 2020 2,7 Milliarden Euro für ITER ausgegeben. In den gesamten Bereich der Atomforschung gingen insgesamt sogar 5 Milliarden Euro. Dagegen haben alle nicht-nuklearen Bereiche nur knapp 6 Milliarden Euro als Zuschuss bekommen. Darunter zählen natürlich auch die erneuerbaren Energien. Und genau das ist ein großer Kritikpunkt. Denn die riesige Menge an finanziellen Mitteln, die bislang bereits in die Fusionsforschung geflossen sind, fehlt nach Ansicht der Kritikerinnen und Kritiker an anderer Stelle. Beispielsweise in der Forschung zur Energieeffizienz und Speicherung. Für die nahe Zukunft laufen derzeit noch die Verhandlungen. Aber der Plan der EU-Kommission sieht vor, die finanziellen Zuschüsse für das ITER-Projekt so gar noch zu erhöhen. Bis 2027 könnten dann Gelder von 6 Milliarden Euro fließen. Das wäre Rekord. Denn bislang wurde keine andere Energietechnologie finanziell so dermaßen unterstützt. Auch die finanzielle Unterstützung aus den USA scheint erstmal gesichert. US-Präsident Donald Trump hatte die Förderung vor zwei Jahren, 2018, verdoppelt. Dabei hatten die USA schon vor einigen Jahren ihre Ungeduld kundgetan. Der zweite große Haken an der Kernfusionsforschung. Die Technologie ist noch lange, noch lange nicht ausgereift. Wird es jemals möglich sein, mehr Energie zu produzieren, als reingesteckt wird? Dabei handelt es sich um eine ganze Menge, denn das Plasma wird ja wirklich ultrahoch erhitzt. Das soll ITER ja schaffen. Wird es den Forschungsteams bereits in der nahen Zukunft gelingen, einen Plasmastrom in einem Fusionskraftwerk dauerhaft am Brennen zu halten? Und welches Material hält den krassen Belastungen an der Innenwand des Plasmagefäßes über einen längeren Zeitraum stand? Da ist bei ITER nach wahrscheinlich maximal 10 Minuten Schluss. Der Physiker Michael Dittmar ist skeptisch und sagt im Spiegel-Interview, das Erreichte sollte nur in Relation zu den Versprechungen der letzten 20 bis 30 Jahre gesehen werden. ITER ist nur ein Prototyp, der höchstens für die Grundlagenforschung interessant ist. Letztendlich geht es darum, wie das Plasma für ein paar Sekunden auf 150 Millionen Grad erhitzt werden kann. Der Wissenschaftler aus Zürich hatte im vergangenen Jahr ein Gutachten zur Kernfusion erstellt und war dabei zu niederschmetternden Ergebnissen gekommen. Auf dessen Grundlage stützt sich auch die Kritik der Grünen, die die Technologie als, Zitat, Verpackungsschwindel bezeichnen. Fest steht jedenfalls, in naher Zukunft können wir uns nicht auf die Kernfusion als Klimaretter berufen. Denn erst in 15 Jahren sollen die ersten richtigen Experimente mit Deuterium und Tritium starten. Der erste wichtige Schritt wird also hoffentlich, hoffentlich 2035 erfolgen. Hier muss es dann aber auch gelingen, das Fusionsfeuer in Cadarache 2035 zu entzünden. Doch selbst damit wäre unser großes Klimaproblem natürlich noch lange nicht gelöst. Denn ITER soll ja erst einmal nur demonstrieren, dass Kernfusion machbar ist. Erst sein Nachfolger mit der Bezeichnung DEMO könnte dann tatsächlich in Betrieb genommen werden, um Strom zu erzeugen. Und zwar frühestens 2050. Und natürlich auch unter der Voraussetzung, dass ITER ein Erfolg wird. Für die Rettung der Erde ist das aber zu spät. Dazu Manfred Fischedick vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Die globalen Probleme müssen bis 2050 gelöst werden. Dafür kommt ITER zu spät. Wenn bis dahin die Pariser Klimaschutzziele nicht erfüllt würden, drohen seiner Ansicht nach, Zitat, nicht mehr beherrschbare Veränderungen des Erdsystems. Bleibt uns also nur die Hoffnung, dass die erneuerbaren Energien bis dahin die Versorgung mit Strom übernehmen können. Zumindest sind sie im Moment die einzige Lösung, die nicht die Umwelt verseucht. Wie funktioniert Kernfusion eigentlich? Genau das erklärt Dr. Watson hier in diesem Video. Also anklicken, anschauen und abonnieren. Cedric macht immer nur einfach gute Videos. Also bis dann. Bleibt dran.